In ihrer ersten Nacht auf See hatten sich die Athener so aufs Feiern konzentriert, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos auf Grund lief. Während die Crew sich daran machte, das Schiff wieder flott zu bekommen, hatten Ariadne und Theseus irgendeinen Zwist. Sie waren zwar noch nicht einmal 24 Stunden zusammen, aber Theseus hatte schon beschlossen, dass es nicht funktionierte. Vielleicht wollte Ariadne eine ernsthaftere Beziehung als er. Vielleicht sabberte sie im Schlaf. Wie dem auch sei, Theseus sagte Ariadne, dass er sie auf Naxos zurücklassen würde und ohne sie weiter segeln wollte. Eiskalt, oder? Und noch schlimmer, er behauptete, dass Athene ihm persönlich in einem Traum befohlen hatte, das zu tun. Ach, Schatz, tut mir leid, aber eine Göttin hat mir gesagt, dass ich mit ihr Schluss machen soll. Absolut nicht meine Schuld. Ja klar, Kumpel. Und das Schlimmste? Er fing sofort was mit Ariadnes jüngerer Schwester Phaedra an. Autsch! Ariadnes Herz war gebrochen, doch für sie nahm es doch noch ein gutes Ende. Denn nachdem Theseus fortgesegelt war, lief ihr der Gott Dionysos auf Naxos über den Weg. Er verliebte sich in sie, heiratete sie und machte sie unsterblich. Aber glaubt mir, Ariadne hätte Theseus eh nie heiraten wollen. Wie ihr gleich hören werdet, versagte er auf ganzer Linie in den Ehemann Basics. Die Athener segelten weiter, aber Theseus war von den Partys zu abgelenkt, sodass er einen typischen ADHS-Mist baute. Er hatte komplett vergessen, die Segelfarbe zu ändern, um seinem Dad zu sagen, dass alles gut gelaufen war. Das Schiff kam mit schwarzen Segeln am Hafen an. Die Leute in Athen heulten und trauerten. Sie nahmen an, dass ihre Tribute, wie die Male zuvor, tot waren. Der alte König Aegeus sah es vom höchsten Turm des Palastes aus. Als er sah, dass die Segel nicht fuchsia waren oder weiß, egal, brach sein Herz und er sprang von dort oben ins Meer. Anders als Theseus überlebte Aegeus keinen Sprung aus dem zwanzigsten Stock. Er starb und diesem Teil des Mittelmeers wurde der Name Ägäis gegeben, zu Ehren des alten Königs. Theseus legte in Athen an. Als er herausfand, dass sein Dad tot war, war er total betrübt. Sie würden nun nie zusammen beispielen können. Andererseits war nun Theseus König von Athen. Er hatte alle Feinde der Familie vernichtet, eine Frau gefunden, Phaedra, die viel schärfer aussah als seine andere Frau, Ariadne, und die athenischen Tribute von Kreta für immer beendet. Eine Zeit lang war König Theseus extrem beliebt. Das Schiff, mit dem er heimgekommen war, wurde in ein schwimmendes Denkmal für ihn umgewandelt, mit einem netten kleinen Kaffee und einem Souvenirladen. Das Schiff blieb über Jahrhunderte im Hafen. Jedes Mal, wenn eine Planke verrottete, ersetzten sie die Athener, bis so ziemlich jedes Originalteil mehrmals ausgetauscht worden war. Die hiesigen Philosophen, die ziemlich viel Freizeit hatten, starteten die Debatte des Theseus-Schiff-Problems. Wenn man nach und nach jedes Teil eines Originals mit einer exakten Kopie ersetzt, ist es dann immer noch dasselbe Objekt? Ich frag mich das auch jedes Mal, wenn ich einen Promi sehe, der zu viele Schönheits-OPs hatte. Aber Annabeth sagt mir gerade, dass ich abschweife. Theseus vereinte Attica unter der Führung Athens. Er hatte Kinder mit Phaedra, und für ein paar Jahre waren sie glücklich. Aber ihr wisst ja, wie es ist, wenn man rastlos und gelangweilt ist. Man kann die Ruhe einfach nicht genießen. Natürlich war es nicht allein Theseus' Schuld. Er hatte einen Freund gefunden, der einen schlechten Einfluss auf ihn ausübte. Die Art von impulsivem Tunichtgut, vor dem dich deine Mom immer warnt. Eigentlich bin ich immer dieser Freund. Doch in Theseus' Fall war es ein Typ namens Pairitos. Pairitos war der König der Lapiten, einem nordgriechischen Stamm, der so wild war, dass sie dort mit Zentauren abhingen. Glaubt mir, Partys der Zentauren sind nichts für schwache Nerven. Pairitos hörte immer wieder Geschichten über den starken, mutigen König Athens im Süden. Eine ganze Zeit lang konnte man keine Zeitung lesen, ohne Überschlagzeilen wie »Tesäus tat dies« oder »Tesäus tat jenes« zu stolpern. Pairitos wurde wütend. »Der Typ kann doch gar nicht so toll sein. Ich geh mal da runter und fühl ihm auf den Zahn.« Er sattelte ein Pferd und ritt nach Marathon, wo Theseus vor einer Ewigkeit den weißen Stier gefangen hatte. Pairitos dachte, »Tesäus kommt sich so cool vor, nur weil er einen Stier geklaut hat.« »Dann stehle ich jetzt jede Kuh in der Stadt.« Und das tat er. Er trieb all das Vieh in Marathon zusammen, denn schließlich waren die Lapiten, von ihren anderen großartigen Eigenschaften abgesehen, auch begabte Viehdiebe. Da Pairitos ein ziemlich wilder Kerl war, versuchte keiner der Einheimischen, ihn zu stoppen. »Ihr wollt eure Kühe zurück«, sagte Pairitos. »Warum holt ihr dann nicht euren König zur Hilfe?« »Sagt Tesäus, dass ich auf ihn warte!« Pairitos trieb das Vieh nordwärts. Die Nachricht des Viehdiebevorfalls erreichte Teseus, und er konnte diese Provokation nicht einfach auf sich sitzen lassen. Er ritt ganz allein nach Norden. Pairitos war nicht schwer zu finden, da die vielen Kühe eine ganze Menge Fladen hinterließen. Als Teseus Pairitos einholte, beschimpften sie sich gegenseitig für ein paar Stunden, bis ihnen die Jo-Mama-Beleidigungen ausgingen. Dann hatten sie eine epische Prügelei. Sie zerschmetterten Felsen über ihren Köpfen, sie warfen sich gegenseitig von Klippen, sie rangen, schwangen Schwerter und warfen Granaten, aber sie konnten sich trotzdem nicht gegenseitig umbringen. Sie waren gleich stark, gleich schnell und hatten gleich viel Glück. Schließlich setzten sie sich erschöpft hin und teilten sich eine Flasche Wein. Zum Hades damit, sagte Teseus. Wenn wir uns nicht umbringen können, können wir genauso gut Freunde sein. Das ist Halbgottlogik, okay? Unglücklicherweise geriet Teseus durch Pairitos in allen möglichen Ärger. Jedes Wochenende zogen die beiden um die Häuser. Sie tranken, gerieten in Kneipenschlägereien und zerstörten ganze Nationen. Teseus warf die alte Philosophie über Bord, wonach er nur angriff, wenn er angegriffen wurde, und vergaß, dass er eigentlich nur so viel Kraft aufwenden wollte wie seine Gegner. Er legte alle Hemmungen ab und tötete alles, was ihm in die Quere kam. Teseus schleppte sich Sonntagabends in den Palast zurück und Königin Phaedra fragte dann so, Wo bist du gewesen? Unterwegs! Hast du wieder ganze Nationen mit Pairitos zerstört? Lass mich in Ruhe, Frau! Ich will doch nur entspannen! Götter! Eines Tages beschlossen Teseus und Pairitos, dass sie gegen die Amazonen in den Krieg ziehen wollten. Und das endete damit, dass Teseus eine Affäre mit Hippolyta, der Amazonenkönigin, hatte. Wie es dazu kommen konnte, keine Ahnung. Aber sie hatten einen gemeinsamen Sohn, Hippolytus. Als sich die Neuigkeit verbreitete, nahm Phaedra das aus irgendeinem Grund nicht besonders gut auf. Sie schnappte sich daraufhin die Kinder und zog in einen anderen Palast. Teseus schmollte eine Weile. Dann tat er, was er auch sonst immer tat, um sich aufzuheitern. Er hing mit den Lapiten rum. Als Teseus dort war, beschloss Pairitos, dass er ein Mädchen namens Hippodamaya heiraten wollte. Mir ist echt schleierhaft, warum jemand sein Kind irgendwas mit Hippo nennen wollen würde, aber angeblich war sie ziemlich hübsch. Zur Hochzeit lud Pairitos alle Nachbarstämme ein, einschließlich der Zentauren. Leider ließen sich die Zentauren volllaufen und versuchten, die Braut zu entführen. Selbst bei den Lapiten ist sowas unhöflich. Die Hochzeit endete daher in einer Schlacht. Pairitos und Teseus führten die Lapiten gegen die Partyponys und traten in ihre Pferdehintern. Teseus betrachtete das als einem seiner größten Siege. Aber sein Ruf verbesserte sich durch diesen Sieg nicht wirklich, weil er eine Armee ungehobelter Lapiten zurück nach Athen brachte und eine feuchtfröhliche, gewalttätige Siegesfeier in der Akropolis veranstaltete. Dort türmten sich die abgeschlagenen Zentaurenköpfe und Partyhüte für Wochen. Und dann hatte Pairitos die ultimative schlechte Idee. Er beschloss, dass er und Teseus sich neue Frauen suchen sollten. Wir sind die besten Krieger der Welt! Pairitos schlang seinen Arm um seinen Freund. Wir sollten... Wir sollten unbedingt Töchter von Zeus heiraten! Wie üblich hielt sich Teseus nicht damit auf, das vollends zu durchdenken. Es war eine glänzende neue Idee, also sprang er ihr hinterher. Ja, cool, aber wen und wie? Wen auch immer! Und wir entführen sie einfach! Ha, wie geil! Ich helfe dir, eine Frau zu holen, dann hilfst du mir! Wen willst du haben? Teseus wählte das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Eine Zeus-Tochter namens Helena. Ja, wie in Helena von Troja. Sie war noch zu jung zum Heiraten, aber Teseus dachte, man könnte sie ja schon mal kidnappen und einfach warten, bis sie älter war. Ekelhaft und furchtbar? Aber sicher! Ich hatte doch erwähnt, dass Pairitos ein schlechter Einfluss war, oder? Helena zu kidnappen war kein Problem gewesen. Teseus brachte sie nach Treuzen, wo seine Mom Aetra jetzt Königin war. Er sagte ihr, dass er Helena hier ein paar Jahre parken wollte, bis sie ins heiratsfähige Alter kam. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass Aetra von dieser Idee nicht besonders viel gehalten hat, denn später ging Helena aus Treuzen fort und heiratete jemand anderen. Aber das ist eine komplett andere Geschichte. Dann war Pairitos an der Reihe, sich eine Frau auszusuchen. Und wie ein Vollhonk ging Teseus einfach mit. Sie fanden einen Eingang zu Hadesreich und schlugen sich in die Unterwelt durch, töteten dabei Monster und erschreckten Geister. Sie erpressten Charon den Fährmann, daß er sie über den Fluss Dyx brachte. Sie waren schon fast am Hadespalast angekommen, als sie sich müde für ein paar Minuten auf einen Felsen setzen wollten. Teseus Augen wurden schwer und er döste ein. Als ihm klar wurde, daß ein Schläfchen in der Unterwelt vermutlich nicht die beste Idee war, versuchte er aufzustehen, doch seine Beine gehorchten ihm nicht mehr und auch seine Arme waren taub. »Pairitos«, rief er, »Hilfe!« Er schaute sich um. Sein Freund war gänzlich zu Stein geworden. Über Pairitos kreisten drei hässliche Frauen mit Fledermausflügeln und Feuerpeitschen. Die Furien persönlich. »Geschieht euch recht, wenn ihr versucht, unsere Königin zu entführen!«, zischte eine von ihnen. »Touristen!« Die Furien flogen davon und ließen Teseus gelähmt und hilflos zurück. Er blieb so für Monate, ohne Gesellschaft außer den Geistern, bis schließlich ein anderer Held auf einer anderen Mission vorbeikam und ihn befreite. Der Name dieses Typen war Herkules. Zu ihm kommen wir später, nachdem ich meine Vitamine hatte und mich ausgiebig mit Pizza wieder aufgeladen habe, denn dieser Kerl hat einfach alles gemacht. Teseus kehrte endlich wieder nach Athen zurück, aber er war nie mehr derselbe. Die Leute von Athen liebten ihn nicht mehr. Sie hatten die Schnauze voll von seinen Eskapaden und seinen Ausfällen. Seine entfremdete Frau Phaedra hatte sich in Teseus' eigenen Sohn Hippolytus verliebt, der nun erwachsen war und bereit, die Krone zu übernehmen, was uns hier in ein ganz neues Telenovelaniveau des Fremdschämens führt. Als Teseus das herausfand, gingen die Pferde mit ihm durch. Er tötete seinen eigenen Sohn, was ein riesiges Zorn der Götter No-Go ist. An diesem Punkt ging ihm auf, dass er Athen besser für immer verlassen sollte, bevor die Einwohner ihn lünchten. Verhasst und beschimpft wanderte er auf die nahegelegene Insel Skyros aus, aber die Leute dort mochten ihn auch nicht. Der hiesige König Lykomedes ließ Teseus verhaften und die Einwohner wählten ihn buchstäblich von der Insel. Sie schleiften ihn hoch auf eine Klippe und stießen ihn hinab. Dieses Mal rettete ihn Poseidon nicht, als er unten ankam. Nach Teseus' Tod war sein Ruf eine ganze Generation lang im Keller. Erst später vergaßen die Leute das ganze schlimme Zeug, das er getan hatte, und konzentrierten sich auf die Heldentaten seiner Jugend. Also ich glaube ja, Teseus hat bekommen, was er verdient, passend zu seiner eigenen Philosophie. Für ihn liefen die Dinge erst schlecht, als er das Interesse an Ariadne verloren und sie verlassen hat. Dann haben die Athener das Interesse an ihm verloren und ihn verlassen. Mit Karma spielt man einfach nicht. Ob diese Geschichte eine Moral hat? Wenn ja, habe ich das untrügliche Gefühl, dass sie auch für mich gilt. Impulsiv und hyperaufmerksam zu sein, kann wirklich hilfreich sein. ADHS kann dein Leben retten. Es kann dich sogar zu einem Helden machen. Auf der anderen Seite, wenn man die wesentlichen Dinge aus dem Auge verliert und unbesonnen und dämlich handelt und sich ständig ablenken lässt, sobald man kurz davor steht, eine wichtige Lektion zu lernen, dann... Oh, ein Kaninchen!